Hallo und herzlich willkommen endlich zu einer neuen Folge Pokémon Fakten. Ich weiß, lange hat es gedauert, aber nun ist es wieder soweit. Und heute stelle ich euch Sterndu vor. Ich habe wie immer 10 Fakten für euch herausgefunden, die ich euch nun präsentieren werde. Und wir beginnen mit Fakt Nummer 1. Sterndu ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser und existiert seit der ersten Spielgeneration. Es entwickelt sich mit Hilfe eines Wassersteins zu Stami weiter. Fakt Nummer 2. Sterndu hat sein Debüt im regulären Anime in der Episode Pibi und der mysteriöse Mondstein, welches die sechste Folge des Animes ist. Sie erschienen am 6. Mai 1997 im japanischen TV. Fakt Nummer 3. Sterndu ist einem Seestern nachempfunden und fast gänzlich in hellbraun gehalten. In der Körpermitte hat es eine gelbe Farbe, aus der eine rote Perle ragt. Sterndus werden bis zu 80 cm groß und wiegen bis zu ca. 35 kg. In seiner schillernden bzw. in seiner Shiny-Form sind die hellbraunen Körperareale weiß und die Perle im Zentrum blau. Fakt Nummer 4. Sterndus findet man in allen Regionen, vor allem in der Nähe von Salzwassergebieten. Sie leben vor allem in Küstenhöhlen und werden manchmal an den Strand gespült. Fakt Nummer 5. Sterndus sind in der Regel nachtaktiv. Sie kommen meist nur an sternenklaren Nächten an die Oberfläche. Fakt Nummer 6. Wenn es eine seiner Sternspitzen im Kampf verliert, wächst sie wieder problemlos nach. Solange Sterndus' Kernstück nämlich unversehrt bleibt, verfügt es über eine exzellente Selbstteilungskraft. Fakt Nummer 7. In der Nacht leuchtet Sterndus' Perle rot auf. Es blinkt im selben Rhythmus wie ein menschliches Herz und sendet dabei mysteriöse Radiowellen in die Nacht. Mit diesen soll es angeblich mit den Sternen am Nachthimmel kommunizieren. Fakt Nummer 8. Sterndu hat wie das Pokémon Pi eine Sternenform. Ob es dafür einen Zusammenhang gibt, ist bisher aber nicht bekannt. Fakt Nummer 9. Natürlich habe ich wieder zwei Pokédex-Einträge für euch. Der erste Pokédex-Eintrag aus dem Spiel X. Auch wenn sein Körper nicht mehr intakt ist, kann es sich regenerieren, wenn der Kern leuchtet. Und der zweite Pokédex-Eintrag aus dem Spiel Omega Rubin. In Sterndus' Körpermitte befindet sich ein hellrot leuchtendes Organ, sein Kern. Wenn du im Spätsommer an einen Strand gehst, sehen die leuchtenden Kerne dieser Pokémon aus wie Sterne. Und der letzte Fakt. Fakt Nummer 10. Berühmte Trainer eines Sterndus sind unter anderem Juan, der Arenaleiter von Xeneroville, welcher sich auf Wasser-Pokémon spezialisiert hat. Und die bekannteste Trainerin eines Sterndus ist Bull Misty, eine langjährige Begleiterin von Ash. Und das waren sie auch schon wieder meine 10 Fakten zu Sterndu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Like da lassen. Und um kein weiteres Faktenvideo mehr zu verpassen, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren. Und nun wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, macht was draus und schönes Wochenende. Und bis zur nächsten Folge Pokémon Fakten.